So Leute, da sind wir wieder zurück. Da bin ich wieder zurück. Da sind wir zurück. Strubulato und Rio mit Lightplay, Mega Man, Z-Ban. Part Nummer Fick dich in... Was ist das? Part Nummer Fick dich in... Was ist das? Das hat auch mal was Tolles. Du sagst es. Ich wette, wenn ich da runter falle, bin ich tot. Spring! Spring! Leute, es tut mir leid, aber ich will das ausprobieren. Ich setze hier mal in eine Safe State und stürze mich in den Tod. Ja, da stirbt man. Hahaha. Sorry, das musste ich ausprobieren. Ich weiß, das ist gemein, aber ich wollte das immer nicht wissen. Keine Angst, Jungs, klafft das Teil. Spring! Ich musste einfach wissen, was passiert, wenn ich da rüber gehe. Wie soll man da denn reinkommen? Was ist das? Jetzt weg mich. Da kommen wir jetzt zum Schluss. Ah, okay, die fliegen hin und her. Gut. Jetzt auf das Zeichel springen? Die Schraube nimmt kein Schal. Nein! Nicht im Ernst jetzt, oder? Nö, das war... Fick dich. Fick dich. Fick dich weg. Fick dich in den Arsch. Oh, nee, jetzt bin ich schon wieder hier. Nee, nee, ich mach das Spiel keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich würde jetzt die Sales Day bleiben. Richtig. Dankeschön für den Tipp. Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ich... Ich würde gerne auch mal den kleinen Erfolg verbuchen, ohne die ganze Zeit von Anfang an wieder spielen zu müssen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber... Ich glaube, irgendwann ist meine Belastungsgrenze erreicht, weil ich bin nicht so ein exzessiver Megaman-Zocker wie unser lieber Funk. Zumal habe ich nur noch ein Leben, und das würde ich nicht gerne verlieren. Also werde ich mal hier ein bisschen self-staten. Haha. Wow! Here we go! Let's go! Nein, jetzt... Geh doch da weg, Mann. Lutscher. Chuba Chubs. Ja, fall auf mich drauf, Mann. Fall auf mich drauf. Boah, als wenn es sich safe-state mich hier jetzt stückweise durch und spulen bisschen immer. Ja. Lecker. 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 Nein, daneben. Okay, er steht... Er steht in den Sternen geschrieben. Megaman wird verlieren. Jups. Nein. Ey, was hat mich da jetzt noch gesagt? Das ist doch der Rotor. Nein, ich hab... Ich hab eine safe-state gesetzt. Ich hab eine safe-state gesetzt! To fix nochmal. Eigentlich wolltest du die laden, oder? Ja, ich wollte die laden. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Vorspulen, dankeschön. Ich könnte mich für meine eigene Dummheit echt schlagen, Leute. Kann ich das nicht tun? Nein, lass es lieber. Steh nicht so auf Schmerzen. Das ist sowas von... Fick dich, du hässliche Scheiß-Kackalake. Verpiss dich von mir. Nein, da muss ich auch wieder auf... Oh Gott, ey, nein, ey. Ich mag gleich nicht mehr. Ich mag gleich nicht mehr. Das Spiel ist einfach nur unfair. Es ist unfähig, den Unterschied zwischen Fairness und totaler Ungerechtigkeit zu erkennen. Was soll's? Es ist Megaman. Und von Megaman muss man das gewohnt sein. Ja, das ist ein Heilungsteil. Aber das brauche ich nicht. Ja, ich bin in die falsche Abzweilen reingelaufen. Natürlich. So, da rauf. Wer darf hier davon machen? Ne, so. Oder? Könnte man? Sieht nicht so aus. Ne. Ich glaube nicht. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendwas Seltenes übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwas total Wichtiges übersehen. Hey, noch mal ein Stromteil an. Dass ich vielleicht mit Rush Search oder so einen Scheiß gefunden habe. Aitch. Au. Das ist der... Ich nenne jetzt den Junkyard. Da können wir bestimmt irgendwas finden, aber da komme ich nicht rein. Rush Search? Nee, ich brauche irgendwas, mit dem ich mich irgendwie kleiner machen kann. Oder so einen kleinen Sprung hinlegen kann. Okay, jetzt sollte ich aufpassen, wie ich safe state. Jetzt bin ich gleich done for. Bin ich gleich Fischfutter. Jetzt weiß ich, wie ich da rüberkomme. Falls es denn klappt, was ich plane. Ha, ha, ha. Äh, äh. Natürlich. Weil es klar ist, dass es passiert, oder? Es war mir irgendwo klar, dass es passieren musste. Soviel zum Thema. Das ist ein fehlerloser, genialer Plan. Jetzt leck mich doch. Du solltest nicht springen. Er tut es immer wieder. Ja, ha, 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 ha. Ach, da geht's rauf. Äh, du, äh, da gibt's wahrscheinlich nur Waffen-Energie, oder? Kein Pfotzen brauchen. Dankeschön, Koppel. Ja. Me-Buster. Da, 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 da. Vom Schießen? Oh, cool. Da war das Ende. Leute, da war das Ende. Und ich hatte nicht mehr verliebt. Okay, Leute. Ich, 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 ich schwör's. Ich probier's hier mal mit T-Bolt. Ich mein Junk und T-Bolt. Wieso? Mit Fall gegen Blitz. Könnt ihr wirken. Ich schwör's euch nicht. Ich werde hier Safe-State nicht. Ich werde diesen Kampf auf gar keinen Umständen verlieren. Egal, wie gesagt, Safe-State nicht mehr, weil der macht mir Angst. Und er kann springen. Und Erdbeben auflösen. Er prallt ab. Wieso prallt das ab? Warum? Oh, doch, es fügt, boah, es fügt Schaden zu. Leck mich, ich, ich treff ihn. Und was für Schaden so eine Waffe macht. Verritten. Komm, ey, das schaff ich. Dann schaffe ich locker. Damn, komm, einhinhit. Ja, ist tot. Oh, nee, warte mal. Falsches Spiel. Das war Rosenkreuz. Jetzt noch schön loffnäckig verschwinden. So, jetzt gibt alles noch den Penisblaster als Bonus. Ja, jetzt gibt es den Penisblaster. Die Junk Shield will protect the user with rotating spheres, right? Ich bin zu faul, das an Dauern zu übersetzen. Ihr kennt mich ja. Jawohl, aber die Sphären können nur so viel Schaden absorbieren, bevor sie zerstören werden. Der Satz von Unlut. Sie können nur so viel Schaden einstecken, bevor sie kaputt gehen. You get Junk Shield. So, ich habe nur noch eine Waffe und es gibt nur noch einen Gegner. Das heißt, dieser eine Gegner muss einfach gegen Junk Shield anfällig sein. Er muss, er muss, Leute, er muss... Freeze, man. Warte mal, wo habe ich das gefunden? Hier habe ich einen Buchstaben gefunden. Nein, warte mal. Da habe ich Buchstaben und da. Da habe ich keinen und da. Also hier, hier muss es noch jeweils einen Buchstaben geben. Aber wo? Da, glaube ich, beim Aufzug. Das ist eigentlich das Ding in der Mitte. Dr. W. Keine Ahnung. Kann ich nicht anwählen. Das ist Dr. W. Da komme ich wahrscheinlich in das Tier, wie ich siegt habe. Also hier muss es was geben, noch einen Buchstaben. Und hier, aber wo? Versuch, erst mal bei dem überliegenden Bauherr. Ich gehe noch mal hier rein. Und versuche, das zu finden. Ready? Go! Ich habe sowieso nur noch einen Leben, von daher ist es scheißegal, wenn ich sterbe. Also suchen wir nach diesem mysteriösen Item, das mir fehlt. Japsa. Ah, ja. Ich bin mutig. Ich habe ja nichts zu verlieren, außer einem Leben. Das sowieso relativ wertlos ist. Aha. Leck mich. Leck mich am Arsch. Lecke mich so tief am Arsch, wie du nur kannst. Ich bezweifle ich irgendwo. So, da, da, da. Kann man irgendwas mit anfangen, wenn ich ihn mit der richtigen Waffe beschieße? Ich glaube, mit dem T-Boat. Ja, jetzt regnet es. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe offenbar die falsche Waffe. Hm. Das heißt, irgendwas kann hier nicht stimmen. Und da ist ein Extra-Leben. Das Extra-Leben kann ich jetzt aber am Kreuz mal, weil ich so ein Juni nur noch ein Leben habe. Das stört denn hier eigentlich die Bohne? Augenroller! Fick dich! Fick dich! Ja, eigentlich ist es klar. Eigentlich würde es sich doch ein Extra-Leben lohnen, wenn du eh nur noch eins hast. Das war nicht großartig. Soll ich verballern jetzt einfach mal meine Spezialwaffen? Genau, ins Auge rein! Warte, nimmt dich doch irgendwie nicht wert. So, da gibt es eine Heilung. Es muss in dieser Stage irgendwo einen Buchstaben gehen. Ich weiß es einfach. Es gibt nur diese vier Stages. Also von daher... Nichts. Nichts. Hier muss es irgendwas... Ha! Leute, ich bin genial. Ich weiß, was ich tue. Rush, ich rufe dich! Rette mich! Hilf mir in dieser schweren Lage. Nein! Ach, komm! Ah, crap! Crap! Ich bin in das Viech-Ringfuhm. Ja, ich bin tot. Äh, wie? Jetzt bin ich wieder hier. Stay close. Äh, Leute, das war jetzt echt dumm von mir. Ich wollte eigentlich... Das nicht tun. Egal, Leute. Wir kriegen nochmal die Gelegenheit, diesen Bosskampf zu sehen. Yeah! 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 Wir haben keine Hobbys. Wir müssen immer wieder den gleichen Mann verprügeln. Juhu! Ja, jetzt ist der irgendwie sau-einfach. Haha! Leute, Spaß macht nochmal! Ups! Nicht im Gefallen. Ja, er freit mit meinen Schütteln ab. Au! 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 Bam, bam! Das sieht geil aus. Da, 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 da. Mega Feuerwehr! Bl acre! Bаем! Boah, ich habe so viel Rosenkreuz gezaubt. Fandr, Fandr. Das kennt ihr schon. Okay, Leute, wir sind doch wieder hier. Okay, das war jetzt irgendwie sinnloser Zeitvertrag. Ähm, ja. Wir haben eh nur Ideen, von daher. Gehen wir sterben. Lassen wir uns mit irgendwas über dem Sinne gemeint töten. Ja, Drehauge, Drehauge, Drehauge. Fick dich. Eisbär. Uh, Eisbär. Eisbär. Gibt es auch irgendwas Gemeineres? Unsere Death Pikes oder sowas? Ich höre die epischste Weise sterben, die es gibt. Ich höre von Eisbär gefressen, während der mich nicht fressen kann. Yay. Yay. Leute, über im Badem. Oh, ich will es ausprobieren. Fall runter, fall runter. Getroffen wäre? LOL. Ich sterbe nicht in Insane Death Pikes, wenn ich vorher getroffen wäre. Yay, ich bin gleich tot. Noch ein oder zwei Hits oder so, dann bin ich tot. Ja, lass dich dort machen. Lass dich aufschließen. Ich bin gleich tot. Äh. Äh. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich hab einen Shop gefunden! Geil, oh man! Ähm, okay, was ist das? Heat-Tanks? We can? This enables you to pay? Okay, this is B-Food. B-Food, den kenn ich schon! Not responding, I'm worried, Megaman. Please find B-Food. Ähm, wie bin ich in den Laden reingekommen? Okay, mach mal alle Tasten! Ah, mit Select! Mit Select! Mit Select! Ah, das ist geil, ey. Okay. This item is supposed to call Beat, but Beat is not responding. I'm worried, Megan, please find Beat. Ja, ich weiß, was it is. Okay, dann, dann lassen wir uns mal. Hier, Tanks machen. So, das muss man schon. So long, Megaman! Uh, wir haben Tanks bekommen. Zwei Stück. Du solltest vielleicht alle Schrauben einsammeln, wie du hast. Okay, ja, ich wollte nicht in den Laden. Danke. Okay, Leute, wir haben bekommen, was wir wollten. Also, machen wir mal kurz den Save-State, damit wir uns das nächste wiedersehen müssen. Das heißt, Let's Play Megaman 7. Hoffentlich nicht mehr so abgefuckt, weil das heute war irgendwie querbeet scheißegal. Leute, wir sehen uns nach und nehmen Rache an Crystal Man und da bietet Spaß da rein. Freeze Man. Ich will nochmal den Namen gucken, denn ich weiß es nicht. Denn es scheiße... Freeze Man. Fuck dich. Ich hasse dich. Okay, Leute, wir schneiden hier. Bis dann. Ria, du klingst hier aus. Ciao. Bis dann.